Wir sind aber schon im Hafen angekommen. Guck mal, die Sonnenarbeit ist hier in Dönesia. Wir suchen uns jetzt erstmal ein schönes Kaffee und genießen die Sonne hier. Das war jetzt mal ganz interessant. Kaffee? Kaffeeart. Könnt ihr noch mal im Hintergrund sehen, da ist auch noch mal die Besitzerin. Bäm! Hallo Leute, hallo YouTube. Wir haben heute den vierten Tag im Urlaub. Wir haben eine schöne Runde Golf gespielt. Die irische Lady ist auch am Start. Hallo, die irische Lady. Moment, da ist die irische Lady. Wir warten noch auf zwei Freunde von mir, die mit Golf spielen waren. Und dann gehen wir mal in den Hafen, nach Port Alcantor, in die Marina. Und da habe ich mir gedacht, da nimm die Kamera mal mit. Sonst habe ich eigentlich jetzt hier im Urlaub nicht allzu viel gefilmt, sondern eher Urlaub gemacht. Aber wie gesagt, ich war einmal, habt ihr ja gesehen, am Strand. Und da kommt das freundliche Personal und bringt euch einen schönen, bringt uns das schöne Radler. So, und dann stoße ich mal auf euch an. Prost, irische Lady. Ich würde sagen, Prost. Und dann sehen wir uns gleich auf dem Weg oder am Hafen wieder. So Leute, da sind wir schon in der City, sozusagen Port Alcantor. Direkt hier an einem Vergnügungspark. Ich würde aber mal sagen, das Achterbahnfahren lassen wir heute mal ausfallen. Da habe ich nicht ganz so viel Vertrauen zu. Aber hier gibt es ja wirklich eine Evolution. Hier, könnt ihr mal gucken. Da. Alles am Start. Und wir gehen jetzt mal in den Hafen nach Port Alcantor. Und dann schauen wir uns mal ein paar schöne Schiffe an. Da. 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 So, da sind wir auch schon im Hafen angekommen, das ist ja natürlich ziemlich touristisch. Wir haben ziemlich viele Läden hier, da gibt es alle T-Shirts von allen Marken, aber hier liegen auch mal richtig schöne nette Boote und wir suchen uns jetzt erstmal ein schönes Kaffee und genießen die Sonne hier. Bis gleich! So Leute, das ist die irische Lady weggelaufen. Ich hoffe, die haben sich hinten ein Kaffee gesetzt, weil ich noch ein bisschen gefilmt habe hier. Und der Hafen ist natürlich jetzt kein alter Hafen, das ist alles touristisch angelegt, aber eigentlich ganz schön. Das Einzige, was ein bisschen stressbereitet, aber das kennt ihr ja aus dem Urlaub, man wird von allen Seiten angelabert, um irgendwas, eine Schiffsfahrt oder sonst irgendwas zu machen. Und da sind noch ein paar schöne alte, so auf alt getrimmte Schiffe hier. Zum Beispiel hier, guck mal, da kann man so einen Ausflug machen. Und ich weiß gar nicht, wo die hin sind, aber ich suche die mal. Du bist da, ja. Ich bin hier, da kann ich auch machen immer TV, mein Freund. Was willst du? Ja, wenn alle Deutschen kommen hier, orderf in Tunesien. Willst du schon einen Gruß für YouTube sagen, von meinem Kanal? Ja, ja, was ist der Kanal? Hallo, wie geht's? Gut, guck mal, Sonne bei uns hier in Tunesien, ja? Kannst du auf, in Tunesien immer Sonne, ich sag den Tunesien, super. Ja, Tunesien, das ist die beste Wette. Genau. Und alles ist billig, essen, trinken, alles ist billig. Bei uns leben hier, das ist fast umsonst. Da hat er recht. Ja, ja, klar. Und kommst du, kommst du Touristen bei uns hier in Tunesien, in Porto de Kantaoui, ja? Okay. Das ist schön, gute Glück, tschüss, kommst du wieder, ja? So, und die sind extrem freundlich hier, die Leute, und ich suche aber eigentlich, ja, ich suche die irische Lady. Keine Ahnung, könnte natürlich auch im Schmuckgeschäft sein. Mal schauen, bis später. Ja. 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 Bis zum nächsten Mal. Ich bin im Café Art in Port El Cantoy im Hafen der Marina und wir haben draußen ein Bier getrunken und dann haben wir gesehen, das Café Art ist Kunst. Ich habe euch schon ein paar Bilder gezeigt und das ist zum Beispiel ihre Arbeit. Und dann gehen wir weiter. Auch die Bilder. Ich film gleich nochmal und guck mal hier hängt Kunst überall im ganzen Café. Ja Moment, ich drehe euch mal rum. Bis zum nächsten Mal. Das war jetzt mal ganz interessant für den Café. Café Art. Könnt ihr nochmal im Hintergrund sehen, da ist auch nochmal die Besitzerin. Und habe ihr versprochen, dass ich natürlich das im Vlog dann mitbringe und so ein klein bisschen Werbung mache. Also wenn ihr hier in Port El Cantoy seid, dann geht da in die Galerie Café Art und besucht das mal. Die hat wirklich ein paar schöne Bilder da. Ich habe jetzt nicht geguckt, wie teuer die sind, aber wirklich klasse. shot aus. Ich durfte pein' heute umt而且uraute nicht mehr zu hören. Die clan pret processo mit Blick. I want to know, if you beat the shoulder that I need I want to go, so take me to Neverland So Leute, mit den letzten Sonnenstrahlen, hier sind wir jetzt gerade aus dem Hafen Port Alcantul raus aus der Marina Ich möchte mich auch für heute verabschieden, war ein kurzer wahrscheinlich Vlog, wenn es euch gefallen hat, lasst doch bitte ein Abo da und liked den Kanal und kommentiert kräftig, ich hoffe ich habe ein paar schöne Bilder, ein paar schöne Videos zusammengeschnitten vor allem da in dem Art Café war da ganz nett und die hatten ein paar schöne Bilder da hängen gehabt wenn ihr hier mal seid, geht die mal besuchen, ich habe gesagt ich mache ein bisschen Werbung für sie auf meinem Kanal und jetzt holen wir uns ein Taxi, dann geht es wieder zum Hotel und dann sehen wir uns vielleicht nochmal wieder, ich weiß es noch nicht Mal gucken, aber ich glaube die letzten beiden Tage mache ich einfach nur Urlaub Macht's gut, ciao Macht's gut